Ich möchte dies hier sehr kurz halten. Vor ungefähr einer Woche habe ich einen Brief von sehr engen Freunden aus der Ramsala erhalten. Er enthält folgendes. Wie Sie bereits über Tibet wissen, werden die Bedingungen von Tag zu Tag schlechter. Chinesen töten so viele Tibeter in Tibet. Ein Mädchen und ein Junge aus meiner Familie wurden in meinem Dorf in Tibet getötet. Ich bin sehr traurig darüber. Dieselben Leute, die wir drei Wochen zuvor getroffen haben, verloren vier Familienmitglieder durch eine Hinrichtung. Die Welt verschließt ihre Augen vor einem Völkermord. Es ist ein langer Kampf für jeden und es muss ein friedlicher Kampf sein. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir ihn gewinnen können. Ich danke Kai Diekmann, Bild und Springer dafür, dass sie hier eine für jeden öffentliche Ausstellung veranstalten. Und ich hoffe, dass wir damit große Wellen schlagen können, zugunsten der leidenden Menschen in Tibet. Eine Sache, die ich noch hinzufügen muss. Ich habe eine sehr lange Zeit in China verbracht. Die Chinesen leiden fast genauso stark unter der chinesischen Regierung wie die Tibeter. Ich weiß nicht, wie wir helfen können. Aber die Athleten müssen ihren Wettbewerb durchhalten. Das ist ihre Ausdrucksweise. Aber ich denke, die Politiker sollen durchhalten und Widerstand leisten. Einen nicht gewalttätigen Widerstand. Vielen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben. Vielen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben. Vielen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben.